In diesem Video möchte ich dir die wichtigsten NFT-Drops für die nächsten Tage vorstellen. Das ist also ein Video, das du auf keinen Fall verpassen solltest. Schau es dir auch bis zum Ende an, denn diese NFTs haben es in sich. Während sich der Bitcoin nämlich kaum noch oben bewegt, boomt der NFT-Markt mit einem Umsatz von mehr als 700 Millionen Dollar in den ersten Tagen des Jahres. Wenn der Schwung im Januar so anhält, könnten wir durchaus einen weiteren Rekordmonat für den OpenSea-Marktplatz erleben. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass die NFTs im großen Stil wieder zurück sind. 2022 könnte das beste und explosivste Jahr für Krypto sein. In meinem Wochenbericht stelle ich dir deshalb wöchentlich die lukrativsten Projektstarts vor. Zudem auch noch Low- und Micro-Care-Projekte, also richtige Altcoin-Perlen, die du nicht verpassen solltest. Ebenso Gaming- und NFT-Meterversen mit 100 Mal Potenzial und vieles mehr. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dieser Board-App-Yachtclub-Wahnsinn ist ein wichtiger Faktor, der zu den steigenden Handelsvolumina und auch den Geldflüssen beiträgt. In weniger als drei Wochen ist der Kurs von Board-App-Yachtclub um mehr als 40% gestiegen. Darüber hinaus sorgt eine riesige Welle des Interesses von Prominenten bis hin zu Unternehmen für mehr Popularität dieser generativen Affen-NFTs. Eminem zum Beispiel, eine weltweite Ikone der Musikindustrie, kaufte einen Board-Ape für fast 500.000 Dollar. Aber der auch bei den Fans ziemlich beliebte Comedian, der Dave Chappelle, der kaufte auch ein Board-Ape-Yachtclub-NFT im sechsstelligen Bereich. Es sind aber nicht nur die Top-Kollektionen, die im Preis steigen. Ich beobachte auch ein marktweites Wachstum. Die NFT-World überraschte zum Beispiel kürzlich mit einem erfreulichen Airdrop von diesen WRLD-Token. Einige andere kürzlich gestartete Sammlungen, die sich an die Spitze setzen, sind zum Beispiel Alien Friends. Das ist eine von der Community betriebene Sammlung von 10.000 zufällig generierten NFTs auf der Ethereum-Blockchain und das Ziel ist es, die größte Gruppe von Friends im Metaverse aufzubauen. Und dann gibt es noch Coolman's Universe. Da gibt es dieses NFT, diesen Spash und dieser sucht den Coolman's Universe nach seinem besten Freund. Um durch dieses Universum zu reisen, benutzt Spash ein Surfbrett und einen magischen Kompass und entdeckt dabei Welten, die er noch nie erlebt hat. Jedenfalls steht das so in der Beschreibung. Ich finde das ziemlich cool und eine gute Idee. Eine weitere kürzlich gestartete Sammlung, die auch schon sehr beliebt ist, ist Inbetweeners. Das ist eine exklusive Sammlung von 10.777 handgezeichneten Figuren, die auf der Ethereum-Blockchain leben. Und mein persönlicher Favorit ist PrimeApePlanet. Das musst du dir unbedingt mal anschauen, das ist ziemlich cool. In weniger als 24 Stunden nämlich hat es die unglaubliche Zahl von 100.000 Discord-Mitgliedern erreicht. Das hat es im NFT-Bereich noch nie gegeben. Gleichzeitig ist das Team sehr bodenständig. Sie sind auf lange Sicht hier, sagen sie, nicht auf den schnellen Hype. Der hohe Wert dieses Projektes liegt aber auch in der Kombination aus hochwertiger Kunst und dem fertigen Design für das Metaverse. Die Grafik, die stammt von Designern, die für viele Produktionen wie König der Löwen, Godzilla und viele andere Animationen für Marvel, Disney und viele mehr bekannt sind. Der bekannte Künstler Curtis Darwe hatte beschlossen, dass er seine Fähigkeiten und Erfahrungen nutzen möchte, um ein hochwertiges Projekt in den NFT-Raum zu bringen. Dafür hat er sich mit einem Team aus erfolgreichen Unternehmern, prominenten, erfahrenen Künstlern und Marketing-Veteranen zusammengetan, um diese Kollektion Ende Dezember 2021 herauszubringen. Also mein persönlicher Favorit aus der gesamten Sammlung ist dieser hier. Irgendwie finde ich den besonders cool. Mit dem Helm, gepaart mit den grünen Augen und dem gelben Anzug hat er absolut Style. Also wenn aus meiner Community jemand so spendabel ist und richtig Bock hat, mir ein Geschenk zu machen, dann kann er mir den ruhig zukommen lassen. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Super, super Geschenk. Ich kann dir sagen, wann ich Geburtstag habe, dann schickst du es mir einfach zu und dann können wir das Ding deichseln. Spaß natürlich, aber wenn du Bock hast, kannst du das gerne machen. Der NFT-Markt ist für eine massive Rallye in naher Zukunft gerüstet, wie ich finde. Wenn sich der Kryptomarkt also weiter konsolidieren sollte, wird das Geld in NFTs fließen und neue Projekte mit hohem Potenzial werden große Renditen bringen. Ich möchte dir deshalb die besten NFTs vorstellen, die über eine starke Community verfügen und ihren Besitzern viele Vorteile bieten können. Also fangen wir an. Eines der am meisten gehyptesten Projekte im NFT-Bereich, das morgen schon veröffentlicht wird, ist Oxia Origin. Sie haben es geschafft, eine große Fangemeinde auf den sozialen Plattformen zu gewinnen, was ihnen geholfen hat, eine starke und auch leidenschaftliche Gemeinschaft aufzubauen. Ich habe dieses Projekt zum Teil wegen seiner sozialen Präsenz in der NFT-Community ausgewählt, aber vor allem, weil das Kernteam von Oxia Origin sehr erfahren ist. Und jetzt wird es besonders spannend. Die Künstler Maxime und Laurie haben an einigen der größten Projekte in der Filmindustrie gearbeitet, zum Beispiel Avengers, Witcher, Robin Hood und The Fantastic Four. Und dann gibt es noch Goten, das ist ein weiterer Künstler, der die Figuren für Oxia Origin entwirft. Er hat bereits für Ubisoft und One Piece gearbeitet und war in einer der, meiner Meinung nach, größten Serien auf Netflix, nämlich Arcane beteiligt. Aber auch die anderen Teammitglieder dieses Projektes kennen sich gut mit NFTs und Web 3.0-Konzepten aus. Das Konzept von Oxia Origin ist auch im Vergleich zu normalen NFT-Projekten, die sich nur auf generative Kunst konzentrieren, außergewöhnlich. Diese NFTs bringen ihren Besitzern so viel Nutzen, dass es wahrscheinlich nicht nur ein von Hype getriebenes Projekt sein wird. Die Roadmap, die du hier sehen kannst, ist ziemlich umfassend. Mit einem nachhaltigen Token-System und Landnutzungsrechten werden auch die NFT-Besitzer einen langfristigen Wert schaffen. Das Endziel wäre dann so die Integration von Metaversen und die Belohnung der Spieler mit Quests und Landmieten. Wie du siehst, kannst du dich für ein Gewinnspiel registrieren, das in Kürze startet. Sobald das Video an den Start geht, dürfte es schon angelaufen sein. Aber du dürftest dann immer noch genug Zeit haben, dafür werde ich sorgen. Du musst dich dann mit deiner Meta-Mask-Bullet verbinden mit der Webseite, so habe ich das jedenfalls im Tutorial verstanden und dann musst du dich registrieren und dann nur noch zum großen Money to beten, ob du dann auch ausgewählt wirst. Wenn du dann dein Glück bei der Verlosung versucht hast, starte das Minting morgen, wie du sehen kannst. Und der Minting-Preis wird dann 0,3 Ethereum sein, plus natürlich die Gaskosten, die sehr hoch ausfallen werden, das kann ich dir jetzt schon prophezeien. Pro Wallet kannst du dann zwei NFTs dir an den Nagel reißen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, viel, viel Glück und ich hoffe, du kannst etwas abstauben. Die nächste NFT-Sammlung, die ich dir zeigen möchte, geht ebenso morgen an den Start. Space Bowls ist eine dieser Sammlungen, die darauf abzielt, den Wert für NFT-Inhaber in Form von zukünftigen Whitelist-Plätzen und Sekundärmarkt-Themen zu maximieren. Das Team arbeitet nun schon seit über einem Jahr und hat kürzlich in einer langen Diskussion mit der Community einen Plan und zukünftige Ziele festgelegt. Es ist einfach gut zu sehen, dass Projekte die Initiative ergreifen, um solche Veranstaltungen durchzuziehen und die Transparenz erhöhen. Space Bowls hat mit seinen NFTs auch ein anderes Kunstkonzept. Im Wesentlichen erhalten die Besitzer zwei separate NFTs, von denen eines eine rotierende 3D-Box, wie du hier sehen kannst, ist und das andere ein Avatar. Space Bowls hat mit vielversprechenden Nutzungskonzepten und auch ansprechenden Kunstwerken eine durchaus leidenschaftliche Community mit hunderttausenden Anhängern aufgebaut. Das ist ein NFT-Drop, den du meiner Meinung nach nicht verpassen solltest. Der Minting-Preis wird hier 0,22 Ethereum sein, plus natürlich erneut die Gas-Fees. Habe lieber etwas mehr Ethereum in deiner Wallet, wenn du an diesem Launch teilnehmen möchtest, um die hohen Gaskosten mit einzukalkulieren. Ich hoffe, dass dir diese NFT-Drops gefallen haben. Solche NFT-Kollektionen stelle ich für gewöhnlich nur meinen Patreons vor. Wenn du also weitere Drops nicht verpassen möchtest, dann schau gerne vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wenn du meine Arbeit schätzt, dann würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und pass auf dich auf und stürze dich vor allem nicht in irgendein Projekt, ohne dich gründlich zu informieren. Wir sehen uns, ciao! Malハm! ...